ähm, Abenteuer weißt du ähm eine Formation von zwei Personen, die Dinge zusammen machen die zusammen auf Reisen gehen Dinge erledigen Abenteuer quasi erleben, aber nicht Abenteuer es sind Abenteuerpaar Reisepaar kann man nicht machen also ein Paar von zwei Menschen die zusammen Abenteuer erleben das ist ja kein Abenteuerpaar fängt bad ich brauche auch ein Wort dafür so sad